In den Eröffnungsszenen gewährt der Film Einblicke in Joe Coys komisches Talent und seine charismatische Bühnenpräsenz, während er in verschiedenen Veranstaltungssorten auftritt und das Publikum mit seiner ansteckenden Energie und seinem Humor fesselt. Sein geflügeltes Wort, lasst uns die Party beginnen, Baby, wird zu einer Signatur, auf die seine Fans während seiner Shows gespannt warten. Im Zuge seines wachsenden Erfolgs erhält Joe die Gelegenheit, für eine begehrte Rolle in einem TV-Pilotfilm vorzusprechen. Die Besetzungsdirektorin ist beeindruckt von seinem komödiantischen Können und möchte ihn unbedingt besetzen, aber es gibt einen Haken. Sie wollen, dass Joe die Rolle mit einem philippinischen Akzent verkörpert, eine Forderung, die ihn vor ein Dilemma stellt. Einerseits erkennt er die Bedeutung von Repräsentation und kultureller Authentizität, andererseits ringt er mit dem Gedanken, seine eigene Identität zu kompromittieren und auf eine Weise zu sprechen, die nicht seinem wahren Selbst entspricht. Im Laufe der Geschichte wird offensichtlich, dass er keine gute Beziehung zu seinem Sohn Junior hat. Ihre Beziehung hat aufgrund von Joes anspruchsvoller Karriere als Komiker gelitten, wodurch wenig Zeit für bedeutungsvolle Interaktionen mit seinem Kind bleibt. Die Kluft zwischen ihnen ist spürbar, und Junior fühlt sich oft vernachlässigt und sehnt sich nach der Aufmerksamkeit seines Vaters. Die Belastung ihrer Beziehung wird weiter verstärkt durch Joes Scheidung von seiner Frau. Die Auflösung ihrer Ehe war emotional herausfordernd für sowohl Joe als auch seine Ex-Frau und trägt zur Komplexität ihrer Familiendynamik bei. Trotz ihrer besten Bemühungen hat die Scheidung einen bleibenden Eindruck auf Junior hinterlassen, der mit Gefühlen von Verlassenheit und Verwirrung kämpft. Die Situation wird zusätzlich kompliziert, da Joes Ex-Frau einen berühmten Eishockey-Spieler geheiratet hat. Der deutliche Kontrast zwischen Joes bescheidener Karriere als Komiker und dem Ruhm und Erfolg des neuen Ehemanns seiner Ex-Frau verstärkt die Unsicherheiten und Selbstzweifel, die Joe empfindet. Trotz seines vollen Terminkalenders und beruflicher Verpflichtungen rühren die beharrlichen Einladungen seiner Mutter, Ostersonntag zu Hause zu verbringen, an Joes Herzen. Aus einem Gefühl der Verantwortung für sein philippinisches Erbe und seine Familie beschließt er, die Reise nach Daly City mit seinem Sohn anzutreten, wo seine Mutter lebt. Bei seiner Ankunft wird er herzlich von seiner Familie empfangen, doch Spannungen brechen schnell auf, als er erfährt, dass seine Mutter und Tante in einen langjährigen Streit verwickelt sind. Das Familientreffen wird von Unbehagen und ungelösten Problemen überschattet und stellt Joe in die unangenehme Lage, inmitten der Fede gefangen zu sein. Während Joe sich inmitten der sensiblen familiären Dynamik befindet, übernimmt er unerwartet die Rolle eines Vermittlers und bemüht sich, die langjährige Kluft zwischen seiner Mutter und Tante zu überbrücken. Die Erfüllung des Wunsches seiner Mutter nach einem friedlichen Ostersonntag liegt nun in seinen Händen, da er der Schlüssel ist, um die Kluft zwischen den beiden entfremdeten Familienmitgliedern zu überwinden. Die Enthüllung von Eugenes unüberlegten Handlungen trifft Joe wie ein Blitz, da er seinem Cousin uneingeschränkt vertraut hatte, kluge Investitionen mit dem Geld zu tätigen. Der Schock, zu entdecken, dass das Geld für sinnlose Luxusartikel verschwendet wurde, verstärkt die Spannungen und Dringlichkeit des ohnehin emotional aufgeladenen Familientreffens. Ursprünglich hatte Joe großzügig Eugene Geld geliehen, um ein Tacoshop-Geschäft aus einem Lastwagen zu starten. Doch Eugenes Handlungen nehmen eine unerwartete Wendung, als er das Geld umlenkt und den Lastwagen in einen Hype-Truck verwandelt, der hochwertige Ware verkauft, die Luxusmarken wie Louis Vuitton ähnelt. Diese Entscheidung lässt Joe sich unwohl und verlegen fühlen, da sie stark von seinen Erwartungen an das Geschäft abweicht. Die Situation wird durch Eugenes Verstrickung mit einem zwielichtigen Händler noch angespannter, was zu einer gefährlichen Spirale von Schulden und Bedrohungen führt. Der Händler, der sich Dev Deluxe nennt, wird zu einer bedrohlichen Präsenz in ihrem Leben und verfolgt Eugene rücksichtslos wegen der ausstehenden 40.000 Dollar. Mit dem Druck, das Geld zurückzubekommen, gerät das Familientreffen in Gefahr und lenkt die Aufmerksamkeit von dem harmonischen Ostersonntag ab, den Joes Mutter sich erhofft hatte. Eugene zeigt Joy aufgeregt die gestohlenen Boxhandschuhe von Manny Pacquiao aus dem De La Hoya-Kampf und enthüllt auch, dass er diese Handschuhe von Dev Deluxe gestohlen hat. Erfüllt von Schuldgefühlen und Verzweiflung schlägt er die gewagte Idee vor, diese Handschuhe zu verkaufen, um das Geld zurückzuzahlen, das sie Dev schulden. Der Plan besteht darin, den Wert der Handschuhe zu nutzen, um die Schulden zu begleichen und der gefährlichen Situation zu entkommen, in der sie sich befinden. Mitten im Chaos verstrickt sich Joes Sohn in eine Teenager-Romanze mit einem philippinischen Mädchen, das er im Einkaufszentrum trifft und bringt damit eine Prise jugendlicher Liebe in die bereits hektische Handlung. Zu ihrer Überraschung entdecken sie, dass Eugene Manny Pacquiao's ikonische Boxhandschuhe von Dev Deluxe gestohlen hatte, was zu einer einzigartigen und unerwarteten Wendung in ihrer verzweifelten Suche führt. In der Zwischenzeit trifft Joy auf Marvin, um ihm die berühmten Handschuhe anzubieten, die einst Dev Deluxe gehörten. Allerdings lehnt Marvin das Angebot ab und enthüllt, dass diese gestohlenen Handschuhe einen Wert von fast einer Million Dollar haben. Er weist auf das Risiko hin, gestohlene Ware zu verkaufen, und hält es für unwahrscheinlich, dass jemand sie kaufen würde. Unbeirrt versucht Joy, Marvin umzustimmen, und schlägt vor, dass er sie wie gewohnt weiterverkauft. Marvin hingegen schlägt eine alternative Lösung vor, einen potenziellen philippinischen Käufer, der an dem Erwerb der Handschuhe interessiert sein könnte. Um das Geschäft attraktiver zu gestalten, bittet er Joy, einen fesselnden Werbespot für ihn zu erstellen. Als Eugene und Joy Marvins Haus verlassen, treffen sie unerwartet auf Thaler. Während ihrer Unterhaltung enthüllt Thaler, dass Dev ihr Boss ist, was Joy sofort alarmiert. Aus Angst vor den Konsequenzen, die mit einer Verbindung zu Dev einhergehen, versucht Joy eine schnelle Flucht, aber seine Handlungen bleiben nicht unbemerkt. Dev entdeckt ihn und beginnt sofort, Joy, Eugene, Junior und Thaler zu verfolgen, und verwandelt die Situation in eine hektische und adrenalin-geladene Verfolgungsjagd. Mit Dev, der ihnen unerbittlich nachstellt, steigt die Spannung, und ihre Herzen rasen, während sie versuchen, ihrem Verfolger zu entkommen. Die Verfolgungsjagd führt sie durch belebte Straßen und verstärkt die Intensität des Moments. Glücklicherweise, gerade als es aussieht, als gäbe es keinen Ausweg, durchschneidet das heulende Martinshorn eines Polizeiautos die Luft und signalisiert eine plötzliche Wendung in der Verfolgungsjagd. Als gewiefter Verbrecher kennt Dev die Risiken einer Konfrontation mit der Polizei und entscheidet sich zögernd, die Verfolgung einzustellen. Der Polizist im Auto erweist sich als niemand anderes als Joys Ex-Frau, Vanessa. Die Begegnung zwischen Joy und Vanessa ist angespannt, während sie sich in ein paar hitzigen Bordgefechten austauschen. Vanessa, immer die verantwortungsbewusste Beamtin, verlangt eine Erklärung für ihr rücksichtsloses Verhalten. In einem Moment der Verzweiflung und des schnellen Denkens beschließt Thaler, ihre Rolle zu spielen und vorzugeben, schwanger zu sein. Ihre Darbietung rührt Vanessa zu Tränen, und sie zeigt kurzzeitig Mitgefühl. Thalas Handeln bietet eine rechtzeitige Ablenkung, die es Joy und den anderen ermöglicht, der unmittelbaren Gefahr zu entkommen. Vanessa, obwohl sie eine strenge Haltung einnimmt, entscheidet sich letztendlich, sie mit einer Verwarnung davon kommen zu lassen, in Anbetracht von Thalas scheinbarem Zustand. Als das Polizeiauto davon fährt, entspannt sich die Spannung, und die Gruppe ist erleichtert und dankbar für ihre glückliche Flucht. Thalas schnelles Denken und Vanessas Eingreifen haben ihnen etwas Zeit verschafft, um sich zu sammeln und ihre Strategie im Umgang mit Death und den Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, zu überdenken. Während sich die Handlung entfaltet, fügt die Einführung eines berühmten Schauspielers, der sich selbst im Menipekjau Biopic darstellt, der bereits chaotischen Situation eine surreale Wendung hinzu. Ahnungslos über die gestohlene Herkunft der Handschuhe, verstrickt er sich unwissentlich in ihre verzweifelte Suche, das Geld aufzutreiben. Während der Film seinem spannenden Höhepunkt entgegensteuert, eskalieren die Spannungen, als Death Deluxe und seine bedrohlichen Handlanger Joes Familienhaus stürmen und die Szene in ein Wirbelwind aus komischem Chaos verwandeln. Die Situation mit hohem Einsatz stellt Joes Zukunft als Komiker auf die Probe, da er eine entscheidende Wahl treffen muss, die sowohl seine Karriere als auch die Sicherheit seiner Familie beeinflussen könnte. Die Gegenüberstellung seiner Karriereambitionen mit der Gefahr, die zu Hause lauert, schafft eine packende und unberechenbare Erzählung, die das Publikum bis zum Ende in Atem hält. Mit der Bedrohung durch Death Deluxe und seine bedrohlichen Schläger hängt die Familie in einer Situation mit hohem Einsatz und Gefahr fest. Die Spannung eskaliert, als Death die stattliche Summe von 40.000 Dollar einfordert, was eine Atmosphäre von Angst und Unsicherheit schafft. Allerdings webt der Film geschickt eine komische Wendung ein, als Jo, in einem Moment unerwarteten Heldentums, beschließt, Mani Päckier aus gestohlene Boxhandschuhe einzusetzen, um sich mit Death anzulegen. Die Absurdität der Situation führt zu einer chaotischen und turbulenten Konfrontation, die das Publikum gleichermaßen amüsiert und begeistert. Joes unkonventionelle Waffenball dreht den Spieß in dieser Begegnung mit hohem Einsatz um und führt zu einer lustigen und unerwarteten Wendung der Ereignisse, die die Zuschauer zum Lachen bringt und auf dem Rand ihrer Sitze hält. Mitten im chaotischen Nachgang der Konfrontation platzt plötzlich Polizistin Vanessa wie eine Naturgewalt auf die Szene. Mit ihrer bestimmenden Präsenz, ihrer direkten Art und ihrem schnellen Verstand bringt Vanessa eine erfrischende und humorvolle Wendung in die sich entfaltende Handlung. Sie übernimmt die Kontrolle über die Situation mit unbeirrbarer Entschlossenheit und ist fest entschlossen, Death Deluxe und seine bedrohliche Gang vor Gericht zu bringen. Während das Chaos sich entfaltet, findet sich Jo in einem Zustand der Unruhe wieder. Mit seinen Plänen, nach L.A. zurückzukehren, um sich für ein entscheidendes zweites Vorsprechen vorzubereiten, zerstört, muss er nun die unerwartete Wendung der Ereignisse bewältigen. Der Film spielt geschickt mit dem Überraschungselement, als der Besetzungsdirektor unfreiwillig die Tumulte durch einen FaceTime-Anruf mit Jo mithört. Die Mischung aus Chaos und Komik in dieser Situation erhöht die Spannung und lässt sowohl Jo als auch das Publikum auf dem Rand ihrer Sitze zurück. In der intensiven und chaotischen Nachwirkung der Begegnung mit Death Deluxe und seinen bedrohlichen Schlägern nehmen die Adrenalinstöße endlich ihren Tribut und Jo bricht zusammen und verliert das Bewusstsein. Als er in einem Krankenhausbett aufwacht, ist er desorientiert und besorgt über die jüngsten Ereignisse. Als er seine Gedanken sammelt, klingelt sein Telefon und zu seiner Überraschung ist es die Person vom Casting für das TV-Show Pilot vorsprechen. Erwartend, die schlimmsten Nachrichten zu hören, ist Jo überrascht, als die Person vom Casting eine unerwartete Wendung verkündet. Sie werden ihm nicht die ursprüngliche Rolle anbieten, aber stattdessen haben sie eine großartigere Gelegenheit in petto. Die Person vom Casting teilt Jo aufgeregt mit, dass sie eine Show speziell für ihn kreieren möchten, die seine einzigartigen komödiantischen Talente und persönlichen Erfahrungen nutzt. Die neue Show mit dem passenden Titel, The Jo Valencia Show, wird sich um Jo und seine lebendige, philippinisch-amerikanische Familie drehen. Es ist eine Einladung, ihr reiches kulturelles Erbe, ihre urkomischen Missgeschicke und die berührenden Momente, die ihr Leben gemeinsam geprägt haben, zu teilen. Erfüllt von einer Mischung aus Erleichterung, Begeisterung und Dankbarkeit akzeptiert Jo das Angebot von Herzen. Der Film endet mit einer herzerwärmenden Abschlussszene, die das Publikum auf das Set von The Jo Valencia Show versetzt. Jo steht im Mittelpunkt, umgeben von seiner liebevollen Familie, jedes Mitglied ist begeistert, ihre lebendigen Persönlichkeiten auf der Leinwand zu präsentieren. Das Set ist ein lebendiges Gemälde philippinischer Traditionen und modernen Familienlebens, das die Verschmelzung von Kulturen und die Reise, die sie gemeinsam gemacht haben, wunderschön symbolisiert. Als die Kamera herauszoomt und die Freude und Einheit der Familie Valencia einfängt, vermittelt der Film ein Gefühl des Triumphs und der Hoffnung. Es ist eine Feier der Identität, der Vielfalt und der Kraft des Geschichtenerzählens, um Menschen zusammenzubringen. The Jo Valencia Show wird nicht nur eine Plattform für Comedy, sondern auch ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit und Stärke einer Familie, die durch Liebe und ein gemeinsames kulturelles Erbe verbunden ist. Die Jo Valencia Show wird nicht nur eine Plattform für die G Some-G them breakend, sondern auch ein Zeugnis für die G zum Begrömer, die wir, die wir finden können. Die Jo Valencia Show wird nicht nur eine Plattform für die Schichtenerzählung vermittelt. Die Jo valencia could der Gedächtigkeit und die Före vom Geheim-Vort